So, das heißt, ich muss mal ganz kurz Joystick weg und ich mach mal kurz Vorschau rein. Dann kann ich nämlich in Ruhe das Spiel verlassen. Wir spielen jetzt... Husk heißt es. Ich mach mal ganz kurz die Bildschirmausgabe. Wolltest du eben irgendwie auf Klo da? Warum wolltest du eine Pause haben? Nö, alles gut. Möchtest du das spielen? Nö. Sicher nicht? Ja. Okay. So. Also wir spielen das dritte Game dann an dieser Stelle. Möchtest du schon mal was darüber erzählen? Hab ich doch vorhin schon. Ist ein Indie-Horror-Game. Möchtest du dann jetzt den YouTube-Zuschauern nochmal erzählen, worum es geht? Ja, hi. Hallo. Hallo erstmal. Es ist ein Indie-Horror-Game. Äh, Entschuldigung, ein Indie-Horror-Abteuer-Game. Und ist erschienen am 3. Februar 2017. Das hieß vor zwei Tagen. Und ja, es heißt Husk und kostet schnappe 18 Euro. Schnappe 18 Euro. Und Defiler1 schreibt jetzt schon, der Typ braucht Hautcreme. Ja, es ist sehr wichtig. Der, wo gerade abgebildet war. Ja, ja, ja. Hast du gesehen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Also, Fadenkreuzpunkt. Video. So, das sieht doch schon besser aus. Das ist gerade ein bisschen verschoben. Moment. Ich versuche das gerade mal richtig zu ziehen. So. Jetzt müsste das sichtbar sein. Hier steht nochmal, äh, man soll, das stand gerade, man soll doch bitte nach jeder Stunde, die man das Spiel gespielt hat, mindestens eine 15-minütige Pause einlegen. Okay, 15 Minuten, Leute. Jetzt. Text Language. Gibt's da Deutsch? Deutsche. Deutsche. Deutsche Sprache. Das kann lustig werden, wer hat dich mal gesagt. Wir spielen auf Deutsche. Deutsche Sprache. Fortwache, Neuspiel, Kapitel, Optionen mit Regende. So. Ich hoffe, das ist, äh, noch einigermaßen zu hören im Stream. Und was mir auffällt, ist, es ist alles klein geschrieben. Hört man das jetzt im Stream? Was denn? Ich glaube, ja. Ich höre nichts mehr. Wäre ganz nett, wenn du die Feier mal kurz schreiben könntest, ob das im Stream so einigermaßen klingt. Warum höre ich nichts mehr? Ich weiß nicht, warum du nichts hörst. Ich höre was. Habe ich dir das zu leise gemacht? Kannst du bitte nicht alles auf deine... Also, ich höre was. Ja, okay, ich jetzt auch. Kapitel... Reise ohne Wiederkehr heißt das erste Kapitel. Aber wir spielen ein neues Spiel. Husk! Spielen wir. Matt. Matt, wake up. We're almost there. Uh, what? What's going on? We're almost in a shiver cliff. This is where Daddy grew up? In this shithole? Anne, what's your language? Yes, this is Daddy's hometown. Why haven't we ever been here before? We just never got around to it. Never got around to it for the 13 years I've been alive? Sure. Er hat nicht wirklich was zum Spielen. Now you have a chance to meet him. I just think he might be disappointed. Doch jetzt höchst. Maybe he's changed? You know, I believe anyone can change. Yeah, I hope he's changed. Otherwise it's gonna be a short trip. Mom, I gotta go to the bathroom. We're almost there. Can't you hold it? No, I gotta go. Will you come with me? Oh, alright then. Come on, let's go. Äh, wir sitzen im Zoo. Typisches Frauenproblem. Das Kind muss aufs Klo, die Mutter soll mit. Das war kein Kind mehr, die war doch mindestens schon 18. Ich verstehe aber nicht, warum sich das Spiel... Ich mach mal gerade die Audio wieder ein bisschen lauter, weil die Gesamtmodus ist ein bisschen leiser. Ich verstehe nicht, warum das Spiel jetzt wieder im Vollbild ist. Wo ich doch gerade noch gesagt habe, es soll doch mit drin. Ein Fenstermodus sein. Also heute haben die Spiele es irgendwie mit ihrer Einstellung. Die wollen die Störungsstörungen nicht. Okay. Kann ich den aufmachen? Dann zu. Düm, düm, düm. Okay. Lesen. Matthew, bitte, read this letter before throwing it away. Ich bin tot, Matt. Und bevor ich gehen, ich möchte meine Frau, Frau, Frau und Sie. Ich habe noch nie gesehen, Ellen, seit Ihr wedding. Und Anne, mein Gott, noch länger als das. Ich weiß, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich weiß, dass ich eine schlechte Person bin. Ich weiß, wie viel ich Sie und Ihre Mutter verletzt habe. Und ich weiß, dass ich nichts mehr machen kann. Ich weiß, dass ich es alles verletzt habe. Ich war nicht der beste Vater. Okay. Ich war gar nicht ein Vater. Und ich war gar nicht ein Vater-in-Law oder ein Großvater. Ich weiß, dass ich mich nicht verletzt habe. Und ich glaube, es handelt in England. Matthew, bitte, read this letter before throwing it away. Hat wahrscheinlich alles per Google-Ubersetzer übersetzt. Aber die Übersetzung, was man lesen konnte, sah nicht so schlecht aus. Nee, war jetzt eigentlich in Ordnung. Und da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Google-Translator im Hintergrund war. Ich habe ehrlich gesagt so etwas erwartet, als ich Deutsche gelesen habe. Und dass da wirklich so etwas kommt. Hier kann ich rein. Holy Bibel? Mein Holy Bibel? Heilige Bibel. Heilige Bibel. Und zu rennen, denke ich. Warum sollte man rennen? Geh mal zurück, da war was. Was? Was denn? Chips töten oder was? Lucky Stars! Lass mal Schleichwerbung machen in dem Spiel, jetzt weißt du wie es finanziert wurde. Und Zigaretten oder was? Und der Heiligen Biene. Interessant, dass man einfach mal ein bisschen rauskommt, aber auch mal sieht man halt auch jetzt. Schon merkwürdig, dass man irgendwie vor die Dinge, oben vor die Kante guckt. Warum gehen wir jetzt eigentlich, ich denke die wollen auf den Klo, oder? Kann uns doch eigentlich nicht interessieren. Soll ich auch auf den Klo, oder was? Ein Jojo. Jojo des Todes. Ähm, die Pfeiter sagt, aber die englischen Symbolensprecher mag ich. Ja, die waren nicht schlecht. Wobei... Naja. Geh doch um mal rein und du suchst alles. Was will ich denn hier in jede blöde Kabine reingehen und gucken? Ja, sehe ich hier. Uh, guck mal. Spliff. Kannst sogar sehen, wie das nachgerendert wird. Warte. Haben wir hier auch was? Ne. Warum sollte ich denn in jede Kabine reingucken? Ich gehe doch nicht, wenn ich in so einem Zug bin, in jede Kabine rein und gucke, was die Leute so dabei haben. Welche Leute vor allem? Ja, ja. Das ist ja noch das nächste, so weißt du. Überall Gepäck und keiner da. Hier. Guck mal, jetzt muss erst mal nachgerendert werden. Crossword passt das. Uh, können wir ein Puzzle machen? Kann ich das... Ne. Geht nicht. Puzzlen unmöglich in diesem Spiel. Das... Weißt du was? Das erinnert mich an das Spiel... Ich weiß schon, wo immer wieder der... Ach so. Ja, weißt du. Klar. Okay, jetzt ist die Tür zu, die eine. Jetzt sind wir beim Speisewagen. Mit einem Wein. Ähm. Wieso sollte ich eine Tür aufbrechen? Äh, Alter, wie macht man... Boah. Wash your hands off. Okay, was der Feider gerade geschrieben hat, das würde ich jetzt nicht sagen. Man kann rennen, um vor der Bibel wegrennen zu. Billig reisen. Hehehe. Wise. Penny. Wise. Hound. Foolish. Wow. Hallo? Huh. Ja. Was ist jetzt los? Gott, jetzt? Jetzt muss ich wieder zurück gehen, weil die eine Tür bestimmt auf ist. Warum kann ich eigentlich immer nur so minimal rennen? Guck mal. Das kann ich rennen. Yeah. Ich kann eine Sitzbank weiterhin rennen. Hehehe. Wow. Krass. Was geht hier so ab? Was qualmt denn hier so? Ist es der Wein? Oder was qualmt hier? Was muss ich denn jetzt machen? Hallo. Du brauchst einen Schlüssel, um verschlossene Türen zu öffnen. Warum sollte ich denn jetzt hier diese blöde Tür öffnen wollen? Ich weiß dann auch nicht mehr, was ich hier mache. Was ist das für ein Spiel? Ich fühle mich total unterhalten gerade. Schlüssel, Schlüssel, wo ist hier ein Schlüssel? Tja, wärst du mal in jede Kabine gegangen? Nein. Ich bin in jede Kabine gegangen. Nein, bist du nicht. Doch, weil du gesagt hast, ich soll in jede Kabine gehen, bin ich in jede Kabine gegangen. Da komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Ich kann auch gerne jetzt nochmal zurück in jede Kabine. Ach, ich kann ja nicht rennen. Ich kann ja nur einen Tisch weit rennen. Ich bin Käpt'n Hinkefluss, der nur an Usain 2.0, das ist gut. Usain Bolt 2.0. Das gefällt mir. Marathonläufer halt. Ich bin Sprinter, ich kann zwei Meter sprinten, dann ist meine Puste zu Ende. Oh, jetzt kann ich noch ein bisschen weiterspringen. Usain Bolt 2.0 hat er geschrieben. Usain Bolt. Ja, eigentlich. Ich komme nicht mehr zurück. Läuft. Ich habe Schlüssel gefunden. Guck mal, hier kann ich rennen. Auf einmal geht's. Lown Mix, Whisky und Gas. Ja. Bill Gates! Dicke, ziehe, schalte,unal ...... Warum sollte ich das machen?! Ich habe doch hiermit gar nichts zu tun. Rffen. Richtige Reihenfolge. Ja, aber, ich kenne sie ja nicht. EN kannst du ... Ach, doch. Oh, diese Steuerung. Ach, das war es schon. Warum? Warum habe ich das jetzt gemacht? Um die Tür aufzumachen. Dahinten die? Ja. Tatsächlich. Seid ihr hier? Klopf, klopf, klopf. Nein. Gut, dann gehen wir halt weiter. Da ist niemand. Die Tür ist auf. Da war das WC-Heft. Das hier war unsere Kabine oder was? Nee, das war unsere Kabine. Achso. Wir sind noch gar nicht da bei unserem Kabine-Bahn. Da ist wieder dieses komische Zeug. Na, 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 na. Hallo. 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 Mann. So viel Gepäck und so wenig Leute. Ein Paradies für Taschentiebe. Ist das jetzt hier unsere Kabine? Mäh. Ja, ja, das können wir ja. Hier geht sie weiter. Unsere Frau ist verschollen. Läuft. Nicht nur Frau, sondern auch Kind. Ja, Kind ist auch weggenommen. Also, das Spiel unterhält mich gerade nicht wirklich. Weil, warum? Ich weiß nicht, warum ich hier was mache, ich habe, was muss ich als nächstes machen, weil du wusstest bis jetzt immer, was ich als nächstes machen muss. Wie geht's weiter? Zum Schalter Tür öffnen. Zu welchem Schalter? Zu dem hier? Hier die Tür öffnen. Hab ich gemerkt. Ist offen. Oder welche meinst du? Ja, da vorne war das so krass. Ja, da habe ich ja die Tür geöffnet. Genau. Da bin ich durch. Das war die hier. Glaube ich. Oder doch noch eine weiter. Hier. Hier war der Schalter. Da ist das Gequalme. Und... Mitten bei dem Gebuber hier. Hinten bei dem Gequalme war der Schalter, richtig? Warum kann ich hier nicht rennen, aber überall? Weil es hier eng ist. Hier. Hier war das Ding. Da kann ich aber nicht nur dran. Dann geh doch weiter. Ach, ich bin dir die falsche Richtung gegangen? Ja. Ah. Ah. Es gibt einen... Was ist da? Das ist ein cooles Sitzbett. Oh mein Gott. Nee. Du wirst lachen. Wenn ich im ICE mal sitze, und es kommt im ICE entgegen, er schränke ich mich manchmal auf. Vorsicht, du reißt sie gleich wieder alles runter. Hey, warum geht die Tür vor meiner Nase wieder zu? Wallbaum? Wallbaum. Hallo? Wow. Spare deine Munition auf. Man kann die wissen, wenn man sie am meisten braucht. Wann man sie am meisten braucht. Wir haben eine Waffe. Nächstes Meisterhelm bitte mit Richtungspfeil. Um aufzustehen, heilig weh. Ich verstehe. Ja. Wow. Diese Sicht. Ich kann nicht weiter nach rechts mit der Maus. Maus passt zu Ende. Wir sind nicht, als du entgleist. Anne. Girls. Wo sind Sie? Ist jemand da? Polizei? Anyone? Somebody help me. Und hier ist auch die Dingens. Krankenwagen. Ambulance. Bringt alles nix. Gehen wir einfach mal über die Brücke. Hallo, guck doch erstmal alles ab. Was denn? Ey, da habe ich gerade so ein bisschen an Silent Hill, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sind wir ja schon gestorben und deswegen sehen wir niemanden. Und gleich kommen die Sirenen. Ja. Ist doch nix. Was soll ich denn jetzt hier noch alles gucken? Ja, guck mal. Vielleicht kriegst du eine Waffe. Aber ich habe keine Taschenlamm. Ich sehe hier nix. Das ist ein Blindfluch. Ducken kann ich mich. Geh mal auf die andere Seite. Du bist viel zu schnell. Auf welche andere Seite? Na, geh mal zum Zug. Vielleicht kannst du da irgendwie was gucken. Ja, gucken kann ich da. Guck hier. Gucken. Zaun. Ding, ding. Da haben sie auch abgesperrt. Ist ja alles schön. Dann haben sie sich einfach vergessen. Ja, aber ich wette, wir sind tot. Niemand mag ihn. Deswegen sind alle weggegangen. Ja, das ist gut möglich. Aber hey, wir können jetzt rennen. Haben wir eigentlich eine Waffe? Nee. Ich finde aber Silent Hill, das spielt besser. Hast du auch Rautesingen gehört? Welches Ding? Singen. Das Singen? Das ist wahr. Hospital. Hospital. That's where they'll have taken the wounded. Ja, aber wir sind ja nicht verwundet. Wir können doch rennen. Wie verwundet sind wir denn, wenn wir rennen können? Forever alone. Schnappatmung, hat der Typ. Jetzt so ein Slenderman, der auf einmal hinter uns steht. Das wäre übel. Shivercliff. A place you'll never want to be. Nein, to leave natürlich. Im Moment ist aber meine Übersetzung besser. Wird es kommen Zombies? Nee, ich glaube nicht, dass Zombies kommen. Raben reichen schon zum Erschrecken gehen. Achso, bevor ich weitermache, muss ich mal kurz, äh, ich muss mal kurz was bearbeiten. Wir spielen ja gar nicht mehr Absu, sondern wir spielen Husk. Gibt's das? Husky Express. Nein, wir spielen nicht den Husky Express. Wir spielen Husk. Womit? Ich muss das kurz anpassen. Ah, mal kurz, dann, äh, kann ich halt kein Spiel angeben. Husk gibt es noch nicht in der Liste. So, da sind wir wieder. Hallo? Ist das hier ein Hosp... 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 Oh, was ist das? Ich kann es nicht nur nehmen. Ich sollte es bezahlen. Ah, verdammt es. Es ist niemanden hier. Okay, das ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Fick dich! Tschüss! Ding dong! Warte, du Fleck auch eine Waffe drin und nicht in der Taschenlampe? Willst du unbedingt jetzt eine Waffe haben, ne? Hm. Aber klar, wegen Waffe verstehe ich, warum du Zombies sagst. Waffel? Was will ich mit einer Waffel? Ich brauche keine Waffel. Ich habe keinen Hunger. So. Das sieht voll lustig aus. Guck mal, wie der rennt. Mit der, mit der Hand. Wer rennt denn so? Bis hoch vors Auge. Und manchmal aber nur so zur Hälfte. Guck da. Pass mal auf. Da, zupf! Was war denn da gelegen? Wo? Oh. Ich war gerade so auf das Rennen. Strange. Es ist meistens ein Auto, das verabschiedet ist. Das ist also so strange, da sind sie die Fußstapfer. Okay. Die Pfeile hat geschrieben, da ist ein Vogel gegen die Scheibe geflogen, der aussah wie eine Hand im Fernseher. Okay, doch nicht. Shiver Cliff. Ich dachte, das war der schlimmste Hälfte, der all die Hälfte, die man in die Scheibe geflogen könnte. Eine Stadt, die perpetuellen Fisch und Wälde schreit. Das Schmuck haunt mich zu diesem Tag. Er brüht in meine Bewusstsein so tief, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich es ohne ihn leben könnte. Ich muss mal gucken, wenn der läuft. Das sieht so lustig aus. Jetzt nimmt er den Arm hoch, jetzt hoch, jetzt runter. Hoch, hoch, runter. Das sieht so lustig aus. Das Laufen ist so ulkig. Oh Mann ey. Kann ich hier drüber springen? Nee, ich kann nicht springen. Der Zug hier hat anscheinend auch eine Panne. Nee, unser Zug blockiert hier die Schienen, du Nudel. Aber der raucht doch da, guck mal, der hat doch eine Panne. Da, guck mal. Ja, okay. Boah, diese Textur, ne? Ah, jetzt ist sie geladen. Nee, ist nicht ganz geladen. Oh, 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 oh. Na ja, gut. Gehen wir mal weiter. Hallo? WC, WC ist gut. Da könnte unsere Frau sein. Die wollte doch aufs Klo. Die wollte zwei Zug aufs Klo, aber wer weiß. Warum geht man auf ein Fremde, auf eine öffentliche Toilette, nur um das Fenster zu schließen? Schließ mal die Tür. Ich bin jetzt aufs Klo. 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 Vielen Dank.